Da 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 De Gumba De Gumba Hallo? Haha, wusste ich's doch. Hui! Ja toll, ich bin wieder hier. Was hat's mir gebracht? Nischt! Huch! Hauli bauli! Leute! Ihr könnt mich nicht so verführen jetzt. Ich bin ein armes Lachsi. Da drüben war ein Keyhole. Okay, ich krieg's nicht hin. Pfff. Ja. So viel dazu. Ah, Slachsi. Alte Socke. Danke. Du 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 Ach, scheiße, oder? Das sind dein Ernst! The fuck what? Waa! Leute, jetzt hab ich ein Problem. Wie soll ich den denn jetzt schaffen? Alter! Was war das denn? Was war das denn? Kranker Scheiß! Wo ist die Musik? Okay, die Musik hat's verhaulend. Das war zu viel eben. Oh! Gefatter Gaule, ich sag's euch. Da gehst du weg. Jautsch! Nein! Mich nicht erquetschen, danke. Erquetschen ist auch ein geiles Wort, oder? Holy moly! Geh weg! Äh, nee. Nee, 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 nee. Ah, Hilfe! Eifer! Wow! Alter, ist der Weg hier... Unten fies. Oh, da wär auch noch... Ah. Eben hab ich noch was gesehen. Ja, der war... Dämlich. Ist okay. Ich möchte hier nur schnell durch... Russian! True Russian! Ne, komm, schieß! Dämliches Vieh. Ich geh wieder oben rum. Scheiß drauf. Da war's nicht so gefährlich. So, jetzt gehen wir die Sache richtig an. Ähm. Cooper, 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 ja my lord. Hast du genau genommen? Hm. Ja, genau genommen. Ui. Wo ist denn jetzt hier der Cooper? Mensch. Nein! Was tust du zu tun? Komm hier nach. Okay. Bisschen schneller. Alter Mann, ist kein D-Zug. Hallo. Danke. Ja. Jetzt? Ich kann doch keinen Shell-Jump. Wieso? Warum? Was hab ich falsch gemacht? Hä? Gibt's hier noch ne andere Möglichkeit, da hochzukommen? Das ist doch jetzt eigentlich nicht so hoch, oder? Oh Gott, es geht doch. Meine Güte. What? 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 Also hier passieren mir echt Dinge. Wo ist das Schlüssel noch? Warte mal. Da oben, maybe. Frage ist, wie... Komme ich da hin? Okay, gehen wir mal einen anderen Weg. Huch. Gehen wir mal diesen hier. Weil hier gibt's nämlich nur ein Jumpboard. Das kann mir ja eigentlich auch nix bringen. Oh. Oder so. Ja! Der blaue. Geil. Äh... Guten Abend. Okay, du bist weg. Ich beschwere mich nicht. Die Geister sind irgendwie anders, oder? Hallo! Hallo! Ja, du bist ja ein Freundlicher, ne? Kleiner... Ratten-Gesicht-Junge. Ne? Pfff. Oh. Das war jetzt fies, war das. Find ich geil. Find ich gar nicht nett. So, Kettensäge, verschwind die Bus. Na, immerhin. Ich weiß jetzt, wie der Hase läuft. Uah! Oben oder unten lang? Oben oder... Uuh! Ich geh hoch. Oh, Alter. Hey, Fuzzy. Ey, was... Was ist das hier wieder für ein Level-Design? Da muss man ja wieder... ...nen Arsch in der Hose haben, ey. Wäh! Äh! Oh. Oh. Alter. Hast du dir so gedacht, ne? Weh, ihr verarscht mich jetzt mit der Röhre. Ich möchte den Scheiß nicht... ...noch mal machen. Ah, toll. Wow. Wow, grüne Suppe. Ist grün. Ah, die Scheiße, die kenne ich ja noch. Super. Moment mal. Ach, natürlich unten. So. Dankeschön. Sie dürfen sich entfernen. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. A moon. Ah, ein Stirnny! Da ist ein Original-Stirnband, Leute. Leute, das hier ist... Das hier ist mein Homie Stirnny. Mein Homeboy. Alles fit, dude. Die gibt's aus Super Mario Bros. 3. Erschlag mich nicht, wenn ich mich jetzt geirrt habe. Hast du dir so gedacht? Ah! Stirnny ist echt der Geilste im Knast, Mann. Wie lange geht denn der Level eigentlich noch? Das war ganz im Ernst. Na, warte, du Ratte. Okay. Oh. Weee. Ach du Scheiße, ist das fies. Ja, und mein Pilz ist auch weg. Oh Gott! Ich hab doch... Jetzt bin ich klein und ohne Leben. Hilfe! Kommt hier doch irgendwo was raus? Okay, dann halt nicht. Stirnny! Na, alles fit. Darf ich mal ganz kurz? Wie soll ich denn das da unten bewerkstelligen? Oha! Ach, Scheiße. Hast du noch einen? Danke. Na! Sorry, aber ich hab deinen Kumpel verballert. Tut mir leid. Oh, der da unten ist Agro, wa? Ja, vergiss es, Mann. Oh, Scheiße! Boss, ich bin klein! Nein! Nein. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Ne, ne, ne. Geist, warte, warte, warte. Was? Und jetzt? Ups. Ach so, ich verstehe. Oh, geil. Oh, ich hab eben gedacht. Oh, Leute. Geschäu... Oh. 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 Oh, oh. Oh, Gott. Okay, genug komische Geräusche. Nicht, dass hier doch jemand sonst was von mir denkt. Oh, Freunde, wir haben den Blauen. Ja, durchströme die Welt mit einem Blauen. Kraftsaft. Ja, da speichert die Scheiße. Ähm, ich gönne mir mal ein ganz kurzes Päuschen vom Wald. Leck mich, Scheißwald. Und checke die alten Levels ab. Die Level-Lore. Äh, wo noch Ausgänge fehlen. Denn ich hab jetzt einiges. Der... Ey, der... Der Gelbe ist ja so pervers platziert. Da denkst du jedes Mal... Doch zuallererst ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen tunen. Oh. Ja. Ja. Ich hab auf die 2 gedrückt, aber vergessen. Mario kann ja in diesem alten Level-Design kein Drehsprung. Oh, ich bin ein Held. Alter. Ist okay. Okay. Chris, guck mal hier. So, danke groß. Mehr wollte ich nicht. Ach ja, ey. Da drüben ist Diskohausen, Alter. Nz, 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 nz. Das verfolgst du nämlich da oben, hm? Wat wird dat? So. Yellow Passage. Ja. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Soviel zur Yellow Passage. Ja toll, habt ihr mich verarscht. Ist okay, ich weiß Bescheid. Ah ne, warte mal. Molten Volcano. Stimmt, den dürfte ich ja jetzt machen. Ah, ich hab so'n ganz doofen Verdacht, dass der Molten Volcano mich hier eh nur, ähm, zunächst Star Road bringt. Ah, aber wir werden es gleich rausfinden, Freunde. Ey, der Sound ist einfach so geil. Ich muss mit so'n. The fuck what? Ich hab noch nicht mal den grünen. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Äh, nee. Hä? Moment mal, hab ich mich ver... Ja, also es tut mir jetzt leid, wenn ich hier ein bisschen rumeire, aber... Äh, pff. Oh. Achso, ja. Oh, Gedächtnis-FTV. Äh. Schlagt mich, bitte. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß.